Okay, das ist der Andreas und jetzt machen wir was sehr wichtiges und nicht einfach, Ballwechsel von der Guntinge. Aber zuerst will ich die Fragen, hat Tennis eine Grenze? Nein, Tennis hat keine Grenze. Tennis kannst du spielen mit 5 Jahren, mit 20 Jahren, mit 80 Jahren, wenn du fit bist. Und du bist 18, ja, oder? Nein, nein, ich verrate uns, verrate uns. 71 bin ich. 71? Ich nehme schon jeden Latme, Andreas. Und macht Tennis Spaß weiter oder bist du schon langsam lang gehalten? Nein, es macht sehr viel Spaß. Und wir bewegen uns und das macht uns richtig froh. Du spielst seit? Bei Dariq? Bei mir? Bei Dariq, seit 10 Jahren. Oh, ey, seit 10 Jahren bei mir. Und es ist nie veranweilig. Nein, es ist nicht veranweilig, es macht immer Spaß. Okay, und du machst das sehr gut. Also, okay, dann machen wir weiter jetzt. Okay. Und wir nehmen, Ballwechsel von der Guntinge. Und eins. Und eins. Und dann kannst du vielleicht Rückgang spielen. Ach, Rückgang. Ach, Rückgang. Höö, okay. Richtung 1 zu 1. Höö, super. Höö, extremen. Höö, hochremen. Höö, hochremen. Höö. Und einmal weg. Super. Ja. Schön. Okay. Super. Okay. Super. Bitte, Karli. Okay. Jetzt 1-2-1. Vor-Hand-Rück. Statt dich an die Mitte. Einmal vor-Hand, einmal rück. Genau. Dzień dobry. To zwane kurz auch noch Thäte auf Tefel. To była krótka rozżywka na Maekola. Taki zawsze jest początek, żeby złapać rytm uderzeniem za nim będziemy już grać. Dzięki. Jetzt Bandwechsel von der Grundlinie, also das ist jetzt was schwerer geführt. Und jetzt was ganz schwieriges, ich stehe auf und spiele auf von der Grundlinie, mit anderer ersten Ordnung. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Jetzt Karin, die Ehrfrau von der Grundlinie. Auch 71. Komm, Schatz, Schatz! Sofort! Das war's. Okay. Das ist ein kleineser! Super, das ist ein kleineser! Jetzt versuche ich mich eine Länge zu holen. Okay. Das war's. Das war mit links jetzt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.